und es geht weiter nein das spiel geht einfach ganz normal weiter oder was wollen die uns verarschen das spiel geht ganz normal weiter küss mich küss mich oh sauber ey lass mich rein steig ein man Lass mich rein geht nicht tschüss kann die anhalten wie gar nichts tschüss und das war's für mich oh fahr nochmal zurück komm wir fahren nochmal zurück war so schön Platz oh das war aber grad knapp ey ich schwör oh ich glaub da musst du rein die musik oh die musik war wieder grad schön da muss ich nicht rein okay hör die musik an hör die musik an spiel weiter aber achte auf die musik wenn sie gleich einsetzt wenn sie gleich einsetzt episch rein da scheiß drauf voll ok unten ist was und ist was ein schatz toll ja nimm dir nicht ich glaub na 10 gold geh nach unten unten ist noch was siehst du ich wusste es ja wir können wieder sterben yeah 120.000 gold für so ne kackaufgabe für die anderen ganzen oh wie erschwert der ist so niedlich körperlich so niedlich knuschkugel mann ich will da durch endlich ja unten wären noch fähigkeiten gewesen aber speicher mal ja save your record no thanks brauchen wir nicht jo an welche tür willst du ich glaub das noch mal alle Bosse oder so ne scheiße kann ich mir vorstellen ich weiß es aber auch nicht ich geh mal links links rechts geradeaus äh hol dir die Fähigkeit oder auch nicht überbewertet ähm ja ok ich find's auch voll geil wie ich mitspiele seit 20 minuten das reicht mal nicht episch nein den will ich auch sagen so jetzt kannst du wieder mitzocken nein ich kann dir die weg machen fuck natürlich kann ja aber nicht ich schwör auf alles neun ja schön was ich voll geil finde ist dass du quallen mit Wellen tötest ja irgendwie schon ne ouch ja schön das war der Fall da ist sogar immer Ausgang ja schön schau ich dir noch ich kommentiere jetzt wieder und Kirby Eppel schrennt er durch den nächsten Raum ja der Schatz war aber schwer zu finden halleluja hast du dich aber angeschränkt komm ne da hinein dann geh nach links super geht nicht nach oben ah ouch 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 jojo man tötet dich so jetzt kannst du wieder mitzocken jetfähigkeit jetfähigkeit gib's denn man du deshalb lasse ich dich auch nicht mitspielen du Benner ja wohl dir den so ui das geht aber ratzefatz hier ja was zur Hölle komm komm er ist nicht so schnell so ouch feige Sau ey nein bin keine feige Sau ouch ich ziehe es halt vor wenn du stirbst sterbe nicht ich sterbe tschüss ich mag dich nicht mehr da gut das hier haben jojo power im jet Benner kann ich das riechen ja oh oh ouch das war dum wohin rechts gut Energie küss mich war richtig schlecht nein tschüss nein ouch wir stellen uns grad ein wie so ein Bewegungslegastheniker ey aber Tastatur ist auch schwer ich geh vorkundschaften warte oder auch nicht nimm mir meine Fähigkeit weg nimm sie weg geht doch nicht wie kann ich wieder volle Energie natürlich wie denn du kannst mir die wegnehmen mit dem genau mit dem was du gemacht hast mit dem bling hab ich doch grad schon die ganze Zeit gemacht dann hast du die Fähigkeit dann kannst du sie mir wieder geben dann hab ich wieder volle Energie ohne dass du irgendwas gemacht hast ja tipp tipp schweres spiel ja ich geh mal rechts oder waren wir da nicht gerade nein wir waren in der Mitte egal jetzt können wir weiter machen ok warte mal warte mal warte mal ich kann sie dir nicht wegnehmen oh doch ach so und wenn du mir jetzt die wieder gibst hab ich wieder volle Energie verstehst du deswegen kann ich so aggressiv spielen dann sag da doch man und ich nehm jetzt Sonic die Fähigkeit ist voll useless für Kirby wollte ich mal gesagt haben weil Kirby sich eh jede Fähigkeit aneignen kann ja warte das ist ja voll dämlich diese Fähigkeit hier was macht so Länder ich will ja hier jetzt hier ist bestimmt was tada ja 41.000 Gold der Falcon Helm Captain Falcon's Helm what da war Captain Falcon's Helm drin oh Moment kann man den nicht irgendwie aus aus benutzen oder so jo wär geil Falcon Punch ey ich kann rennen ich kann rennen nein doch nicht scheiß drauf ja mit zweimal nach rechts sag ich schon mal Motorrad Action Motorrad Action Motorrad Action ja ich nehm doch schon gib her musst du auch nehmen so jetzt können wir gegen den Strom schwimmen an den Stellen glaub ich so warte 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 ich komm hoch ich komm hoch ich komm hoch lass mal eben das Eis nehmen hier so oh komm her bleib stehen wenn ich herkommen soll denk auf bleib stehen wenn ich komme das klingt auch ich tschu 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 ich muss erst wieder absteigen ist so dämlich uh die reißt mich groß ich bin stolz ich liebe dieses Motorrad ja ist auch geil Mann jetzt bleibt aufstehen steig aufstehen danke ist auch und spring und spring ich wollte ihn aber nur leiden sehen warte lol ouch schön dass du ihn mal komplett ignoriert nimm ihn nicht steig auf ich wollte nur als Ersatz die Motorradfähigkeit haben warte scheiß drauf brauchen wir nicht geh rein brauchen wir nicht bleib hier stehen er kann doch nicht schaden bumm 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 ah Kirby ich lauf hier voll langsam nimm mir meine Fähigkeiten geben sie mir wieder schnell jetzt nimm die Fähigkeiten nimm sie selber nimm sie selber geht doch nicht ich sterbe gleich Houston wir haben ein Problem du machst das zieh Rocky geh in den Fight ich erzähle währenddessen mal was was hab ich so für Projekte momentan ich spiele momentan Battle Reams voller Vorfreude und nimm ganz viele Loll-Battles auf dich immer wieder lösche weil ich so viel gewinne ähm Lidschaft Leggings S pl D 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 übrig ist wenn du dich jetzt in dieser slow-mo-phase sogar von irgendwas treffen lässt dann lach ich von den sachen da zum beispiel wieso es ist einfach nur lustig wenn du dir fünf minuten lang Mühe gibst und ewig in eine Richtung läufst und dann stirbst fuck ey yeah 5 Gold 500.000 Kirby wird reich hol dir die energie vorsichtig ganz vorsichtig du hast alle zeit der welt ey geschafft ich bin doch nicht so schlecht geil wohin jetzt weiß ich nicht jetzt brauchst du eine neue fähigkeit erstmal wir brauchen den reifen wir brauchen den reifen gehst mal wieder nach links oder auch nicht ja wieso er da links geht hier ist der leute was willst du Technik ich will den Raketenmann ich nehme den Vogel Vogel Natur und Technik vereint ja ne Bossfight das ist auch voll so ey das ist voll Pokémon wir bekommen hier immer neue Fähigkeiten siehst du das das heißt du kannst mich töten in first attack by dancing doll but nothing happens das ist voll Pokémon verarscht guck mal but nothing happens aber nichts passiert ey das ist voll geil gemacht finde ich ja ouch wow bomb Kirby's hurt lol ey das ist geil gemacht das ist echt richtig geil ich bin gerade geflasht ja irgendwie schon richtig geiler Boss witch appears zauberer knuckle 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 komm her komm her Na! Kirby, nicht sterben! Ich mach jetzt Dauerfeuer hier in der Ecke einfach. Mach Fernkampf, Cutter, weit schießen. Oder Bomben ist noch besser. Schön, wir decken ihn jetzt richtig ein. Einfach werfen. Nicht auf mich! Ins Gesicht! Er wurde von Federn tötet. Er wurde von Federn erschlagen. Wir haben Erfahrung bekommen! Und gerade Erfahrung! Und vier Honesty Points! Zwei Beauty Points! Und vier Happy Slime Points! Vier Appetite Points! You earned three Great Greatness Points! You earned two Friendship Points! Ja, wir haben Freundschaftspunkte bekommen! Du bist jetzt ein Freund! Cool. Cool. Das war ein geiler Boss. Ja. Hammergeil. Auf jeden Fall. Hammergeiler Boss, ey. Lass mich erst rein! Nein, du hast die... Boah, du hast die Tomate genommen. Ja, wir küssen uns dann gleich wieder, dann passt das. Er rennt weg! Tusch mir den Weg an! Bam! Scheiße auf Schwerkraft und so, wir fahren berghoch. Oh mein Gott! Tschüss! 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 War nett mit dir! Ganz vorsichtig! Ganz vorsichtig, Sachdei! Da rein, da rein, da rein! Nein! Geht nicht, geht nicht! Geht nicht! Geht nicht! Da rein! Geht doch! So! Ähm, ja! Oh mein Gott, das sieht sehr Endbus-mäßig aus! Küss mich! Was tust du? Was tust du? Lass das doch! Warum müsstest du uns so... ...so sehr töten? Tschuldigung. Ninja Gaiden! Hol den Ninja Gaiden! Gib mir Bomben! Gib mir Bomben! Schön, ich bin immer noch Vogel. Egal. Da ist der nochmal! Ninja Gaiden! Hast du'n? Hast du'n? Schnell! Ninja Gaiden! Soll jetzt nochmal aus dem Spielbild raus. So. Jetzt! Ey! Sind wir Ninjas! Kommi, Naruto! Boom! Ich glaube, wir müssen da durch die Tür. Ah! Ja, dann geh da durch! Schnell! Boom! Ich hab' nur noch wenig Leben! Puh! Ich brauch' was zu fressen! Lass' mich vorgehen! Nein! Du hast meins! Komm, du nornam! Küss mich! Ja! Komm, nochmal! 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 Nicht nach rechts! Nicht nach rechts! He, 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 he... Küsse mich! Na nicht! Geht nicht! Überbewertet! NEIN! Wieso tust du das? Was denn? Du kriegst doch AB! NEIN! Küssen ist toll! Ja ne? Leute, probier's mal aus! An eurer Freundin, Mutter, Schwester! Na, Mutter doch nicht ey! Bist du bescheuert? Einfach mal die Zunge in den Hals! Einfach mal die Zunge in den Hals! Oh nein! Und ich bin mal wieder tot, wollte ich mal gesagt haben. Doch nicht! Ich bin der Mero! Magica! Ah! Kiss mich! Bade! Kokosnusse in meinem Bauch! Was tust du? NEIN! Ich hab dich gekriegt!